Oh, es sind einige, die ganzen Torwachen, ich sehe. Ja, mein Gott, dann müssen jetzt halt alle sterben. Oh, fünf? Hey, wieso? Ja, lol, lol, lol. Ja, komm, komm, greif an. Hm? Übrigens, du bist dran schuld, dass alle gestorben sind, würde ich nochmal sagen. So, und du, Hauptmann, du wirst jetzt... Hey. Dann halt so. Und verreckt. Alles nur, weil der Bogenschütze runtergefallen ist. Also, ich sehe eindeutig die Schuld bei den Bogenschützen, muss ich sagen. Achso, wir haben gleich... Ja, komm. Äh. Kuh. Habe ich auch gedrückt. Ja, wer weiß, was ich wieder gedrückt habe. Bestimmt alles, außer Kuh. Und wir haben gleichzeitig gleich einen Bürger gerettet, ne? Das müssen wir ja natürlich gleich... Ähm... Da unten. Gut. Sehr schön. War das der Letzte? Ich hoffe es. Doch, riskiere ich besser nichts. Ja. Ja. Ihr könnt darauf retten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert. Das vergesse ich nicht. Ach, sind es wieder. So, da haben wir unsere Gelehrten. Oh, wir haben hier einiges. Bürger retten, Bürger retten, Bürger retten, Informanten, Herausforderung, Eskorte, Taschendiebstahl. Da freue ich mich ja schon drauf. Gut, dann würde ich erstmal sagen, machen wir das und das hier. Und die... Guck mal, tut dann am Ende irgendwann. Juck. Bürger... Das war schön. Sehr gut. Im Angriff geblockt. Nice. So. Psst. Aua, ist böse. Äh. Bin ich gerade irgendwie ein bisschen dumm? Okay. Okay. Der Herr soll gefrüsen. Ihr habt mich geweckt. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Sehr gut. Ah, das sind, äh... Äh, ja, wir hauen dir auf die Fresse. Glaube ich. Genau so wird es stattfinden. Ich weiß es nicht. Der verdammte Narr hat auch den Verstand verloren. Ja, habe ich das? Fragezeichen. Sollte Richard Schaffer einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten. Bevor es nicht möglich ist... Okay, den müssen... Ich weiß schon, welche Person wir das Maul stopfen müssen. Hat uns immer gehört. Und es ist unsere Pflicht, die wir zum Tode zu verteilen. Aber wer tut er das gut? Die euch mal... So, können wir hier hoch? Nee. Wir müssen wahrscheinlich von vorne jetzt hier hoch. Und tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verlor. Okay. Lassen wir uns doch mal... Hallo. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Gehen Süden zieht der Engel zum König mit seinem Heer von Ungläubigen. Mit Gelästern ist Gutes Recken. Dala Al-Din reitet ihm entgegen, um diese barbarischen Taten zu rächen. Ich bete, dass Gott, gepriesen sei sein Name, mit uns sein werde. Auch dass er uns den Sieg schenkt. Verflucht ihn. Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen. Sie handeln gegen den Willen Gottes. Dafür müssen sie zahlen. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich komme hier nicht mehr weg. Darf ich jetzt hier mal wieder weg? Ach, Mann. Ist das ein Screech? Was soll das denn? Weißt du, jetzt kann ich die noch nicht mal ansiedeln, weil ich den von hier oben natürlich nicht sehe. Da hinten ist übrigens eine Flagge. Da auch. Ich gucke noch, ob ich irgendwie... Das ist das Einzige, was mir gerade so einfällt. Ich hoffe, wir... Ja, wir bleiben bestimmt in Jerusalem. So, das ist das Einzige, was mir gerade einfällt und aus dieser Situation rauskommt. So, das ist das Einzige, was mir gerade soientes ist, wenn du rauskommst. Würde ich nur so sagen. Und gleich wieder fortsetzen. Maus, da bist du. Fortsetzen. Dadadadada. Dadadadada. Dadadadadada. Dadadadada. Uuhui. so ach guck mal ich glaube der hat die paar sachen gespeichert tatsächlich ja tatsächlich da kommt das heißt wir können theoretisch haben ist eigentlich sowas von egal da können bei diesen bürger hier wieder retten so dann gehen wir wieder zurück ins abendviertel so schnell kann es geht jetzt kurz angst gehabt dass das spiel wenden muss aber so geht es ja letztlich auch einfach so und schon sieht er uns nicht mehr geschickt gelöst würde ich mal sagen da hinten das eine flagge lassen wir einfach nur die flagge haben okay und die flagge zählt für komplett jerusalem da ist übrigens auch noch eine was bist du eigentlich für ein hässlicher bastard so jetzt reicht es so so nice ich habe ihn festgehalten nice so das ist aber nicht die die was die ich finden wollte sondern muss die erforderung sein da komm 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 greif nochmal an und nein ein nr geil jetzt noch okay gut ich dachte wir sterben jetzt da war hier noch so ein so ein so ein so ein so ein so ein anderer typ woher kam der denn so wer ist dafür verantwortlich ich habe absolut keine ahnung da hinten muss es sein dann gehen wir mal hier die leiter nach oben da muss sagen das abendviertel sieht nun ein bisschen so aus wie weiß ich gebe aber wieder nach oben das ding ist es glaube ich dieser kleine aussichtsturm dort aber ich hole trotzdem noch mal diese flagge vor mir hallo hallo mit dir so jetzt muss man eine geeignete stelle finden wo wir können wir hier einfach hoch nein das ist meine eine ungeeignete stelle wo haben wir denn hier eine das sieht doch wunderschön aus gut dass hier jemand diese ornamente reingemacht hat und am fenster diese quer streben was hast du gesagt was mich als bauer bezeichnet wer hat denn das gesehen der hat drei arme ach nee quatsch das sieht nur so aus wie liegt denn da einer das sieht das aus wegen den pfeilen okay gut ich möchte hier dankeschön uns synchronisieren wir das neue gebiet weiter was steht denn da für ein stattliches tor das will ich mir nochmal kurz das von hier aus anschauen bevor wir hier runterspringen woanders das ist dort das ist kein tor das ist die burg das hat was das hat sehr viel sogar finde ich gut dann würde ich sagen springen wir da hinunter so wohin gehen wir uns nächstes ich würde sagen wir retten diesen bürger informanten herausforderungen haben wir hier noch ein paar die machen wir dann zum schluss hier drin müsste das glaube ich sein auf der anderen seite ich bitte dich geh da hoch genau werde ich das werde ich das okay es sind einige deswegen muss man ein bisschen schneller handeln okay komm komm in die kelle aua 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 nein ich hätte jetzt eh drücken können belastend und den Hauptmann einfach mal an die Eier drücken ist das erbärmlich ja ach es sind jetzt mittlerweile mehr Wachen hier als du gehst mir ziemlich oft ja so du stoppst jetzt auch kommt du hast nichts gesehen oh mein Gott noch eine Wache also du hättest auch einfach nichts sehen können und du wärst am Leben hey aua hey aua so haben wir es jetzt hier mein Mann Mann so da haben wir hier ein kleines Blutbad angerichtet und würde ich sagen ja gut ne was ist hier nur geschehen ich bin überfragt oh dann machen wir dich hier dann gehen wir hier und dann hier rüber so geh mir aus dem Weg wenn du mir im Kampf stehst würde ich dich mit verrecken du siehst mir zu wichtig aus so nein ist wieder Ehe vergessen komm jetzt kräft an So. Oh, ah. Ja, sieht doch gut aus hier, ne? Jo, ne? Lecker! Gut, den nächsten Aussichtspunkt für mich bitte. Wo ist er? Da. Ah, was? Du bist... So. Ich frag mich mittlerweile, wer hier mehr Blut vergießt. Ich oder einfach nur dieser eine Stadt war. Also der, der das sagen, wenn ich statt hat. So. Ach, das da ist der Aussichtspunkt. Okay. Gut. Äh, ich würd sagen, wir kommen hier rüber drauf. Bitte geh da runter. Und wir gehen jetzt bitte hier hoch. Och komm, mir sorg doch nicht, dass du da nicht hoch kannst. Mein Gott, hör auf zu lügen! Jo. So. Ich wär dir sehr verbunden, wenn du... Ich hasse dich. Hallo! Danke! Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Eine offensichtliche Stelle, wo er nicht offensichtlich klettern kann. Boah. Der hat mich geschubst. So. Du hast zuerst geschlagen. So. Mein Gott. Sind nur am Stressen die Leute. Die, ja. Okay. Theoretisch kann man hier hochklettern. Aber so wie ich das Spiel kenne. Okay, pass auf. Wir probieren es einfach. Okay. Das hat tatsächlich geklappt. Ist das dein Ernst? So läuft das nun mal in dem Geschäft, ne? Würde ich mal sagen. Ah, legt man die einfach mal so. Mir nützt sie nicht so nebenbei, ne? So. Aber ich würde jetzt sag ich jetzt erst mal sagen, wir sehen uns. Ich versuche an diese Stelle hier das nächste Mal auch zu kommen. Oder wir sehen uns dann halt da das nächste Mal wieder. Ich würde sagen, bis dahin, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.